Die Weihnachtsbäckerei, ja? Ja. Okay, drei, vier. In der Weihnachtsbäckerei gibt es neue Leckerei. So viel und nicht, doch so weicher kriegt eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Na, das ist ja ganz klasse. Dann machen wir das mal so. Die ganzen Kinder aus der ersten Reihe, die eben mitgesungen haben, reifen jetzt einmal in den Satz und nehmen sich das heraus. Langsam, langsam, es ist genug da. Danke, beide.